Ja, pass durch. Standbild. Okay, okay. Du musst erst laden bei mir. Ja, gut. Kann weitergehen. Okay. Kommt hier durch? Ich gucke hier ein bisschen um. Das war ich noch nie. Sieht ganz nice aus. Hier dürfte noch einen Tag. So einen Englangen. So, ich habe den Kuss genommen. Okay, runter weiter. Halt weiter. Okay, der Kano ist schon ein bisschen zu groß. Eigentlich war man wirklich nur so Radtoren nehmen. Gucken die, hier ist noch nichts. Wann kommen die? War sie nicht. Sie dürfen eigentlich irgendwann kommen. Hier geht es auch weiter, ne? Hier sind sie. Hier sind sie. Hier ist ein Schlang. Hier ist ein Schlang. Komm. Komm to me. Komm to me. Hier sind Megalanias. Hier sind das Skorpion. Vorsicht, pass auf. Du bist gerade 10, die Tiere. Die sind auch geil. Okay. Hier dürfte... Ne, hier ist leider gerade kein Item. Ja, Megalaniagift. Genau. Wie geil ist das denn? Also weiß ich nicht. Das ist jetzt wirklich... Da waren Megalanias. Daniel, wir haben eine Mission, okay? Ne, ja. Hier gibt es so viele Wege. Du bist jetzt lang gelaufen. Ich bin einfach weiter gelaufen. Den ein lustigen Weg, den es gibt. Es... Ich habe drei gesehen. Hier, komm. Ja, also... Es gibt sehr viele verschiedene Wege. Da drüben... Oh. Der offizieller Weg. Ich muss kurz recken. Ähm... Ja. Also den Weg weiter gehen. Sehr gut. Okay, ähm... Ich wurde geslowed. Fuck, man. Ja, Megalanias, oder? Ja, ne. Arianua, kacke. Oh, die Spinne. Okay. Das ist halt richtig essen. Ich halte einen Gangmann. Oh, Arthrochloros. Oh, fuck, Spinne. Ich habe jetzt 3000 md Damage. Okay, sehr gut. Ich bin halt ein bisschen gepoisoned, leider. Ja, und ich... Komm, ich kann mich gar nicht bewegen. Hätt grad... Oh, fuck. Die müssen... Die sind gefährlich. Also wieso? Ach, ich bin voll. Ich bin voll. Deswegen habe ich mich nicht bewegen. Alter Scheiße, Mann. Oh, Mistkäfer. Ich habe zu wenig, doch zu wenig Weight etwas. So, kurz was rausgeschmissen und noch mal, wo mein Weight gehen ist, da? Sehr gut, deshalb... Also, ich droppe jetzt mal sowas. So viele... Items. Weil man kriegt sau viele. Komm. Ja. Hier kommst du mal. Ja, ich bin zu den Weg gegangen. Komm. Wir gehen den Weg. Da hinten... Da hinten geht es, glaube ich, wieder zurück in die Höhle, die wir vorgesehen haben, jetzt. Link. Ja. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, wo... Hier müssen wir hin. Ja. Hier ist das, äh... Hier ist das, ähm, Ding. Hier kommen wir mit den Tieren nicht rein. Hier müssen wir, ähm, sneaken. Kommst du mal zu mir? Ja, weil du es nicht geschafft. Ob dann hier... Ob dein Raptor ist unter mir von mir. Nee, nee. Das ist schon... Komm, wir müssen hier rein. Hier kommst du nicht durch. Ach ja. Und du mit dem Raptor? Das ist hier hinten dran. Also das ist ja mega effektiv. Oh fuck. Vorsicht. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier müssen wir durchcrouchen. Kommst du mit? Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm schnell mit. Das ist halt wichtig, dass wir zusammen immer sind. Alter, wir müssen uns fliegen, okay? Ist es die Glutmacherhöhle oder so? Nein. Das ist eine ganz normale... Das hier kriegen wir eine Art des Artefakts. Geil. Auf das Ding. Wie heißt das? Wie heißt das Artefakt? Hunter. Artefakt auf der Hunter. Ja, geil. Obsidian. Ja, ergeben. Das kriegen wir in der Höhle. Obsidian. Ich hab alle Beistoffe. Hä? Alles, dass ich die ganze Nation gekauft habe. Sehr gut. Gut, oder? Ähm. Hat sie auf jeden Fall gebraucht. Ja geil. Richtig nice. Ist auf jeden Fall richtig gut hier drinnen, ne? Ja, hier achtet uns sie gern. Gut. Ich geh weiter grad, ne? Kommst du mit? Ach so, warte. Ja, ich komme. Ich hab nur was abgelegt. Komm. Let's go. Let's go. Let's go. Ich glaube, wir haben nämlich eigentlich schon alles gelootet. Ob sie. Gut. Ich glaube, wir haben alles gelootet, denke ich. Wir müssen jetzt lang. Mach wieder. Einfach weiter. Es gibt nur einen Weg, Daniel. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wir holen jetzt einfach unsere Tiere. Ja, und wir können darüber noch schwimmen, oder? Und verschwinden. Ja, man kann auch rüber im Wasser schwimmen, ne? Es dürfte ja auch mehrere Loot-Crates dürfte, dürften es hier geben. Ja, ich kann dir sagen, wo man noch lang kann. Ja, hier kann man noch hoch. Kannst du über das Wasser drüber schwimmen, ne? Nee, ich bin mir sicher, dass sie in Sacro-Duchos und solche Sachen sind. Und? Ja. Komm ich schon vor, ich lock die Tiere an und so, dann. Batzen wir die weg? Können wir im Wasser angreifen mit den Viechern? Ja. Können wir, aber die sind meiner. Muss ich hacken kurz? Gut. Ich regeneriere wieder auf 1000 Label. Hab ich, also auf 10.000 meine ich. Hab ich. So, ich geh. Bereit? Warte mal ganz kurz. Ich bin. Gut. Da ist es im Wasser. Da ist ein Artefakt im Wasser. Ja, okay, da kommen wir nicht hin. Scheiße. Wieso geht meine unter? Meine geht unter. Meine kann nicht mehr schwimmen. Meine kann nicht schwimmen. Aber kann ich schwimmen? Meine kann nicht schwimmen. Ich muss noch oben. Ja, das wäre ganz nett. Meine kann nicht schwimmen. Nein. Ey, viel zu viel Bier ran. Jetzt kommst du mal bitte. Ja. Bitte, bitte, bitte. Ich bin hier. Ich möchte eigentlich nur an Land gehen. Ah, danke. Gut, reicht. Okay, ich hole das Artefakt. Es gibt hier kein Artefakt. Da unten. Okay, Blueprints halt. Ach so, du bist unter Wasser. Aber nur für Kacke. Ach so, du bist unter Wasser mit. Naja, das ist unter Wasser. Und was ist da drin? Ähm, da waren nur Blueprints für, naja, Cloth, ähm, Handschuhe, ähm, und ein, äh, Dings, äh. Ich hab hier jetzt nochmal, jetzt ne Note hab ich jetzt nochmal geholt. Auf jeden Fall. Braucht man definitiv nicht. Ähm, ja, hier ist halt ne, ähm, Explorer Note, ne? Ja, okay, warte mal. Fuck. Aha. Ich bin hier schon ein bisschen weitergeguckt. Ah, ich bin hier schon ein bisschen weitergeguckt. Marco, vielleicht ist hier in DJ in Nähe. So gut, Ege. Fuck. Ich wurde, glaub ich, ein bisschen vergiftet. Nicht, dass ich, ich kippe, kann, kann sein, dass ich hier gleich umkippe. Ich bin weitergegangen, ne? Ja, ich, ich fahr mich noch kurz ein bisschen obsidieren. Okay, das haben wir bei uns nicht. Was hier noch? Noch ne Explorer Note, die Helena Note 12. Geil. Okay, da geht's ja auch noch, gibt's noch einen anderen Weg hier. Wenn man laufen kann. Ähm, warte, ich guck mal hier hoch. Wir hätten gar nicht schwimmen müssen, ne? Ach, scheiße, ich bin hier. Ich bin wieder verlangsamt worden. Hier lang? Na, ich bin auf jeden Fall irgendwo weitergegangen. Was ist das Explorer Note? Bei dir mehr, oder? Bei mir ist auf jeden Fall eine. Ich dahin war noch ne Worte. Ich glaub, ich hab's sogar noch ne dritte gefunden. Alter, ich hab grade High-Level-Option. Wie sind's denn? So viele Gegner, so viele Gegner, so viele Gegner, so viele Gegner. Ja, ich hab ne hohe Range. Ja, das Problem ist bei mir halt. Oh, ja, meines ist umgekippt. Falsch an der Decke, warum? Fuck. Hast du Stim-Berries? Äh, nein. Ich glaub... Du Spaß, ey, maaaannn. Da müssen wir Sachen töten, okay? Warte, was ist das für ein Capre-Suchus, oder? Fuck. Ja, ne Capre-Suchus, Gott. Wir brauchen jetzt, ähm... Wir müssen jetzt so töten. Hat hier ist ein Beutel. Na, das ist so'n scheiß Teig drinne. Hatte ich so noch ne weiteren Beutel. Das ist ein Mistkleber, ne? Ah, ich hab hier was gedroppt vielleicht. Ich weiß, das ist ein Mistkleber. Da war ein Mistkleber. Ach... Ja, hier ist Stim... Da hinten steht ein Skorpion rum. Die checken erst, wenn man direkt nehmt, dass da einer ist, ne? Kacke, Mann. Der ist mega umgekippt gerade. Ja. Ich hab... Ich hab vier Stim-Berries nur gefunden. Ach so, da waren Büsche sogar. Ne, ne, das waren keine Büsche. Da hätt ich tausende gefunden. Sondern von den Drops von den Titeln. Ach so, okay. Wir haben ja immer Sachen dabei, ja. Ich hab jetzt nur mal acht. Ah, wie ätzend. Das halt jetzt grade frisst mich ein bisschen. Aber er dürfte bald wieder hoffentlich aufwachen. Ich hab's immer gedroppt. Schau mal, dass du möglichst viel noch weitere findest. Ich geh mal hier hin. Ich komm mal ein bisschen mit. Äh, das geht, glaub ich, ziemlich weit hier. Ich glaub, hier geht's wieder raus, oder? Können wir auch noch. Ja, den gang hab ich vor schon gesehen. Und hier waren Megalania. Den hab ich leider gefordert. Ah, oh, oh. Ich hab jemanden getötet. Ja, auch Neo. Äh, wäre aber geil, wenn da Megalania... Ja, dann gehen wir nach da hinten nochmal. Aber eigentlich müssten die was... Und du musst... Eine muss halt das... Ja, okay. Ich lass den Raptor den Raptor... Und... Kanu den Raptor beschützen. Ich hab da nochmal was getötet. Ne, Jago Barry sollte... Fuck, das ist ne saudisch heftige Schlange nochmal. Aber man kann vorziehen. Fuck, ich hab die Schlange nicht getroffen. Ich werd erwischt werden. Okay, ich hab die gekriegt. Ich hab die gekriegt, die Schlange, weil du darfst dich ja nicht erwischen lassen von den Viechern. Moin. Von diesen scheiß Schlangenweilen. Von diesen scheiß Schlangenweilen. Boah, krieg ich viel... Ich krieg allein schon... 1000 Prime Meter oder so. Achtung! Ich bin bewabbt. Von wo? Von der Decke kommen die alle. Oh fuck. Richtig fies, ne? Ja, das ist dumm. Eiskalt. Einfach von der Decke. Oh, wo sind wir hier? Ah, hier kommen wir wieder nach unten, woher wir kamen. Da kann man einmal im Kreis laufen. Ja, kann man so in jeder Hölle eigentlich. Genau, und da kamen wir von da, sind wir dann da hochgekommen. Was ist das hier? Ein Dankbiedel. Cool. Ah ja, genau. Okay, ja. Grundweg. Ja, schon. Meinst du, es gibt hier noch ein Artefakt oder sowas? Es dürften, müssten eigentlich noch mehr Loots geben. Es gibt immer mehrere, aber es ist nicht allaktiv. Ach man, alter, dieser scheiß Spack hier. Ja, hier sind noch Fische. Simon, ist dir nicht aufgefallen? Nein. Hast du es? Ich kann hier nur Steine aufsammeln. So. Jetzt tust du sie mal rein, dass du ihn aufwachen lässt. Ja, 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 es geht gut zurück gerade. Araneo. Die kommen alle von der Decke. Warte, ich guck mich hier nochmal um. Ja, er ist wieder wach. Mei. Ich mach mich nochmal ein bisschen auf Midi-Damage. Einmal auf Leben. Noch. Ich mach den mal auf 10.000 Leben. Wenn wir jetzt ein Megalania sehen. Also guck erstmal auf das Tier, was es ist, ne? Okay. Wenn es ein Megalania ist, ist es für mich saugell. Weil wir gehen jetzt da lang, da hab ich schon vor eins gesehen. Ich kann's beweisen. Ich hab's umgebracht. Ich hab's umgebracht. Ich merke schon. Ich hab jetzt meine hat richtig viel Weight gerade, merke ich. Ich hab Megalania bekommen. Oh Gott, die ist richtig schnell jetzt. Unkontrollbar. Kommst du mit? Dann auf geht's. Wenn du jetzt hier siehst, nicht gleich umsinnst. Wie lang ist unsere Echse der gerade hier von Megalania? War hier nicht raus vorher. Oh, hier geht's raus. Und das hab ich gemeint, da gibt's noch einen Weg. Der ist geht raus hier. Ja. Ja, ja. Und dem Weg, wo wir hergekommen sind, sind wir eben nicht gegangen, genau. So. Hier gibt's keine Megalanias mehr. Wie war das? Gab's hier und nicht so eine Explorant-Megalania? Guck mal, ob's hier noch... Also es war ein Megalania in der gesamten... Wo geht ihr denn lang? Wo geht ihr denn lang? Nur so eine kleine Unterdings. Sieht einfach so saugeil aus, ne? Geh dann geben wir, würde ich sagen, raus. Okay, ich bin mal fest. Lauf du zuerst durchkommst. Hier ist rau-dunkel. Äh, hier waren wir noch nicht, oder? Ne, das war der Anfang hier. Alles klar. Okay, hier kommen wir auch schon raus. Also ich muss sagen, mega geil. Dieser ist mega geil. Und ja, im Fleck zieht ihr, weil ich rausgehe. So, das war jetzt die erste Höhle, die wir gemacht haben. Es stehen noch viele Höhlen vor, die wir noch machen müssen. Aber das seht ihr dann alles in den nächsten Folgen. Und ich würde sagen, wenn's euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Schaut auf den Kanal vorbei. Abonnieren, wenn ihr's noch nicht getan habt. Es kam jetzt keine Länge, kein Video mehr. Aber ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Und ciao! Ciao! Ciao!